Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Part von Pflanzen gegen Zombies 2. Ja, heute mal wieder mit der europäischen Version, mit der deutschen Version und nicht wieder mit der asiatischen. Das hat dem Grund, weil wieder ein schönes Update kam, was heißt, naja, schön kann man jetzt nicht ganz sagen, weil es ist jetzt nicht irgendwie so, oh mein Gott, Hype-Update, sondern es ist erst mal so ein kleines Tröpfel-Krams. Aber ich habe mir schon von zwei, drei Leuten sagen lassen, dass da wohl bald was Größeres kommt. Wir werden uns das jetzt einfach mal angucken, was sich da getan hat. Hier stehen auf alle Fälle schon, wenn man Pflanzen gegen Zombies 2 starten, neue, frische Ware eingetroffen, wöchentliche Updates. Das wissen wir ja schon, das habe ich euch ja vor einer Weile schon mal gesagt. Es gibt wohl jetzt jede Woche ein Update. Jetzt aktuell gibt es die Granatenapfel, hinterlässt explodierende Samen. Granatenapfel ist eine ganz, ganz coole Sache. Ich liebe diese Frucht. Und wir müssen hier mal gucken, denn meistens gibt es hier noch eine Diabpflanze. Gibt es tatsächlich gerade nicht. Die gab es letzte Woche hier. Vielleicht gibt es auch momentan gerade eine Diabpflanze, die wir selber haben. Das wird es wahrscheinlich sein. Deswegen wird die nicht angezeigt. Aber ihr könnt bei euch ja mal gucken. Also momentan ist es immer so gewesen, dass man eine Pflanze für Diamanten kaufen konnte, statt für Echtgeld. So, jetzt gucken wir mal kurz in den Playstore wegen dem Update. Und zwar will ich euch das einfach mal ganz kurz vorlesen. Und zwar neue Funktionen. Freue dich auf einen heißen Herbst mit unserem neuesten Update vom 30. August. Das ist gestern. Bis 27. September erwarten dich spannende Events. Hühnerwoche Rumglucken und Gewinnen. Footballwoche Pflanze wie ein Champion. Kleine Zombies und große Preise in der Wichtwoche. Woche der offenen Tresortür. Spiele drei Premium Pflanzen aus dem Tresor. Saftling, blühendes Herz und Pusteblume. Außerdem die explosive neue Premium Pflanze Granatapfel. Danke fürs Spielen. Ja, gerne. Dann werden wir doch einfach mal gucken. So, jetzt haben wir erst einen wunderbaren schwarzen Bildschirm. Okay. Danke, Spiel. Wir starten es einfach neu. Ich glaube, das ist vielleicht besser so. Ja, Emulatoren. Das ist immer so, nee. Mal will es und dann will es mal wieder nicht. Und ach, naja. Pflanzen gegen Zombies 2 auf meinem alten Bluestex-Emulator. Da kann ich es ja momentan ohnehin nicht laufen lassen. Beziehungsweise, ich habe es gar nicht nochmal versucht. Aber ja, egal. Wir schauen einfach mal. Naja, wie soll ich sagen. Wir haben jetzt nicht so die Über-OP-Sache, die wir jetzt machen können. Da haben wir was angeblich abgeschlossen. Sehr gut. Faultier-Turmisch. Nee, Faultier-Gagantua ist okay. Da haben wir jetzt nichts im Reiseklotz. Ich finde es interessant, dass es keine Pia-Pia-Piata-Party gibt. Ich habe keine Piniata-Party gemacht. Das ist gerade ein bisschen seltsam. Den Stern habe ich mir im Übrigen natürlich geholt. Naja, wenn er schon da ist. Okay. Wir machen das Level jetzt einfach mal kurz. Produzieren mindestens 5000 Sonnen. Ich spiele mit höchsten 16 Pflanzen zur selben Zeit. Okay. Ähm. Ich will die Urzeitssonnenblume mal ausprobieren. Mir ist nämlich auch gesagt worden, letztens so, ja, erfahrene Spieler spielen mit der Urzeitssonnenblume. Ich vergaß. Stimmt, die gibt es ja auch. Okay, wir sollen nicht so viele zur gleichen Zeit machen, aber viele sollen produzieren, also nehmen wir das mit. Wir haben den Imitator ja auch. Den Imitator nehmen wir auf die Pflanze. Ich denke, das ist super, weil dann können wir noch mehr Pflanzen pflanzen. Und dann brauchen wir jetzt natürlich was, was Schaden macht. Wir brauchen was, was viel Schaden macht. Wir dürfen nämlich nicht so viele Pflanzen haben. Die Kombination könnte ich mir gut vorstellen. Was sagt ihr? Ich denke, das ist eine schöne Kombo. Dann nehmen wir noch eine Oh-Shit-Pflanze mit. Oh-Shit-Pflanzen sind super. Das ist so, oh nein, scheiße, die sind vorgedrungen, zack, bumm. Da, alles easy. Genau, und das ist noch eine Oh-Shit-Pflanze. Sehr schön. Da haben wir jetzt zwei Premium-Pflanzen. Die konnte man für Dias holen, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. So. Ganz viele extra Sonnen. Oh, nice. Dann können wir da ziemlich bald anfangen zu pflanzen. Dann brauche ich die hier vielleicht gar nicht. Nur wunderbar. Ähm, die Pflanze da schon mal hin. Und die werden verschwinden im Laufe der Zeit. Die sind nur am Anfang da, bis wir genügend Sonnen haben. Dann verschwinden die. Die bleiben nicht lange, weil wir dürfen nicht viele Pflanzen pflanzen. Das wäre dann ein bisschen blöd, wenn wir uns an den ganzen Platz jetzt vollrammeln würden. Und am Ende haben wir das Problem. Das war, äh, ja. Äh, das war... Na, sag schon. Und ich komme nicht drauf, dass wir keine Pflanzen pflanzen können. Genau, das wollte ich sagen. Aber wir dürfen halt kaum was pflanzen. Das ist heftig. Das ist richtig böse. Wir müssten theoretisch hier noch gleich schauen. So bald wie möglich. Ah ja, haut schon hin. Dass wir da noch die hin pflanzen. Natürlich wäre da jetzt erst was sinnvoller gewesen. Aber dann können wir die vier Pflanzen alle auf einmal aktivieren mit dem Dünger. Oh, Shit-Button und so, ne? So. So. Und die geht down. Sechs Pflanzen dürfen wir noch pflanzen. Ah ja, die können wir auch gleich wieder zünden. So. Sehr schön. Dann die da. So, jetzt werden definitiv alle Zombies gesloten. Naja, noch nicht ganz, aber fast. Dann die da noch. Vier Pflanzen dürfen noch hin. Kein Problem. Kein Problem. Easy. So. Und dann, glaube ich, räumen wir jetzt einmal auf. Da ist nämlich jetzt schon der nächste Dünger. Dann können wir hier ruhig mal einmal richtig schön quer durch die ganzen Zombies richtig schön aufräumen. So. Drei können noch gepflanzt werden. Das heißt, zwei hier hin und eine Schickpflanze zwischendurch. Oh, wunderbar. Und die dann später weg. Und, ähm, neue. Schaden zu pflanzen hin. Und wir haben jetzt schon mehr als die Hälfte von den Sonnen, die wir schaffen müssen. Also das ist, äh, würde ich sagen, überhaupt nicht schwer. Zumindest ich mit der Pflanzen, die wir getroffen haben. Und das ist halt natürlich die Superbombo-Kombo. Rettet uns hier halt wirklich den Arsch, weil wir es schaffen halt ganz, ganz schnell, ziemlich starke Pflanzen aufs Feld zu bringen. Also je länger man das Spiel spielt und je mehr man zusammensammelt am Pflanzen, umso krassere Möglichkeiten ergeben sich einem. Und da können die Zombies am Ende halt wirklich nichts mehr machen. Ich würde sagen, wir pflanzen jetzt davon der hier die komplette Reihe voll. Weil, ich glaube, dass wir damit am besten fahren. So, da ist auch schon der Yeti. Ich glaube, den Yeti, sobald er in den Rückwärtsgang eintritt, werden wir den Dünger auf ihn hetzen. Das dürfte auch ziemlich bald sein. Och, der, der schafft es gar nicht in den Rückwärtsgang. Wie geil ist das denn? So, da haben wir den Yeti gekillt. Nice. Aber vielleicht habe ich hofft, dass ich mich da nicht spekuliert habe, verspekuliert habe mit den Sonnen. Ich mache doch nochmal eine Sonne hin. So, einmal hier aufräumen. Um ehrlich zu sein, habe ich es gerade weniger wegen den Aufräumen gemacht, sondern eher mehr wegen den Sonnen. Aber wenn ich schon auf eine Sonnen in den Dünger setze, dann sollen die anderen wenigstens mit profitieren. Ja, ein bisschen was brauchen wir noch. Wenn die hier rechtzeitig fertig werden, schaffen wir es definitiv. Ah, komm, Izzy. Das ist doch, das ist, ach, wunderbar. Guck dir das an. Die wird jetzt gleich fertig und dann sind wir durch. Die drei spucken auch noch aus. So, die einmal hier durchhopsen. Och, wir haben es eh schon. Nice. Wunderbar. Zu schnell kann es gehen. Können wir die hier wieder wegreißen. Packen die da hin. Lassen wir die noch weg und packen die da hin. Und die würde ich dann auch noch wegreißen. Dann packt man Dünger da drauf, damit sie schneller fertig wird. Na, asiatische Version geht das leider nicht. Aber hier geht das schon. Dann packt man Dünger einfach auf die Pflanze und dann kann man die pflanzen. Warum habe ich die jetzt noch gepflanzt? Einfach, weil ich es kann. Es macht halt einfach doch zwischendrin immer wieder mal Spaß, so ein bisschen, ja, zu übertreiben. Und ja, fand ich ein schönes Level. Sehr schön. Damit haben wir das geschafft. Das war ja jetzt kein schweres Yeti-Level, um ehrlich zu sein. Jetzt, na, die Event-Hühnerwoche läuft, na, also. Nur für kurze Zeit. Gewinne grandiose, gackernde Preise. Jetzt bin ich mal gespannt. Gackernde Preise? Äh, weiß ja nicht so ganz, was ich davon halten soll. Okay. Okay. Wir kriegen vorgegebene Pflanzen. Und schon mal welche, die auf die Grabsteine schießen und nicht drüber hinweg. Ah, das ist auch schon mal wunderbar. Da freue ich mich ja schon mal richtig derbisch drüber. Mach das auch mal Geräusche? Nein. Mach das nicht, okay. Nee, mein Headset hat sich nur kurz verabschiedet gehabt. Achso. Na dann. Mein Headset. Ich denke mir schon so, hä, mach das auch mal irgendwann mal Geräusche. Das gibt es doch nicht. Ja, ja. Alles gut. Ja. Die beiden könnten ein Problem werden. Kann sein, dass da die Rasenmäher gleich drüber rollern werden. Oh, warte mal. Kadusch. Nein, da war ja der Grabstein noch. Oh. Und Kadusch. Ich habe ihn getroffen. Gut. Aber pflanze jetzt einfach mal wild durch die Gegend. Weil es ist ja so, dass ich ja immer drauf bestehe, symmetrisch zu bauen. Ich baue jetzt mal da, wo es gefordert ist. Also wirklich mal frei nach Lust und Laune, wo die Pflanzen gerade gefordert werden. Da baue ich jetzt mal. Um mal zu gucken, wie das läuft. Denn wie gesagt, normalerweise bin ich jemand, der sagt, äh, ich baue lieber symmetrisch. Weil, weil. So, dann gucken wir mal. Ob ich auch ohne symmetrisch bauen gut vorankomme. Bam. Bam. Sehr schön. Und. Bam. Sehr schön. Und gleich nochmal. Bam. Und da auch. Bam. Uh, der ist ein Dünger. Kann man da wegschieben? Der schiebt doch die weg, ne? Ja, der schiebt die zurück. Uh, uh, uh. Und. Boom. Ah, ich fühle mich so unwohl, wenn es nicht symmetrisch ist. Das ist so. Nee. Das ist halt, das ist halt, es ist halt so, ne, keine Ahnung, die Verteilung des Schadens ist halt nicht so dolle. Und das ist halt schwierig, sag ich mal. Das kann zu Problemen führen. Sehr schnell zu Problemen führen. Deswegen bin ich halt mehr so der Symmetrie-Fan. Da weiß ich, dass dann am Ende alles passt. Nein, nicht durchkloppen. Oh, boom. Ah. Ich hatte nicht geholfen. Zu spät. Aber da. Okay. Warte, 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 warte. Einmal durchdrehen. Und. Gargant. Was haben dran geglaubt? Wunderbar. Oder haben dran glauben müssen, dürfen. Ach, verdammt. Jetzt boxen. Oh. Okay, diese Line verlieren wir jetzt erstmal. Da. Ah, das hat die leider nicht dran gehindert. Aber da ist ein Dünger. Okay. Nein. Ah, seht ihr? Seht ihr? Seht ihr? Ah, verdammt. Das ist aber auch ein schweres Level. Erneut versuchen. Investiere Münzen. Ja, ja, ja. Oder eine Werbung an. Komm, wir zählen. Wir zahlen die Münzen. Wir haben schon genügend Werbung auf YouTube. Ähm. Da können wir. Na, da zahlen wir lieber die tausend Münzen jetzt. Ähm. Wobei man natürlich dazu sagen muss, dass die Werbung auf YouTube natürlich einem gewissen Zweck dient. Und ich natürlich froh bin, wenn die Leute die Werbung angucken. Muss ich natürlich dazu sagen. Fairerweise. So. Ich versuche das jetzt mal ein bisschen sinnvoller zu verteilen. Und dieser mache ich symmetrisch. Weil das halt nichts zu sagen hat. Weil. Wir haben ja schon oft genügend festgestellt. Dass die Level total unterschiedlich sind teilweise. Ach komm. Rums und das jetzt weg. Ja. Ja, ist blöd. Gerade nicht so ganz optimal. Kann ich mal bitte nochmal so eine... Muss ich doch die da hinpflanzen. Das ist wahrscheinlich schon zu spät. Na, dann soll da Rasenmäher drüber gehen. Ist mir jetzt wurscht. Soll er drüber gehen? Ist okay. Pack mal weg. Da machen wir das weg. Dann machen wir das weg. Oh, puh. Aber warte mal. Ah. Das ist für die Hühner. Die müssen definitiv ganz hinten bleiben für die Hühner. Okay. Und dann machen wir einmal... Weil... Ne, das macht den Gargantua doch nicht weg. Ich dachte, das würde den Gargantua wegmachen. Hat's aber leider nicht. Nee, 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 nee. Ich glaube... Juschen, we have a little problem. Die wird auch noch nicht... Ist auch noch nicht reif. Oh. Eis. Wollen wir nochmal aufräumen können kurzzeitig? Okay. Wir bräuchten eine Pflanze, die halt irgendwie so massig über alle Felder hinweg richtig derbischen Schaden macht. So. Ja, okay. Wir müssen die jetzt kurz ein bisschen aufsparen. Okay, also die sind für die Hühner definitiv immens wichtig. Um den Hühnern her zu werden. So. Kann man noch eine haben vielleicht? Nein? Nicht? Okay. Dann machen wir mal die da hin. Da räumen wir mal weg. Und da räumen wir mal weg. So. Damit da mal ein bisschen die nach hinten geschoben werden. Es wird gerade ein bisschen kravotisch. Also chaotisch. Kravall chaotisch. Kravotisch. Ich weiß gar nicht, existiert dieses Wort überhaupt? Meine Mom hat das immer gesagt. Kravotisch. Ich glaube, das ist eine Mischung aus chaotisch und kravall. Oder so. Ihr habt keine Ahnung. Auf alle Fälle wird es kravotisch. Guckt ihr das an? Es ist nicht jedes Level immer gleich. Manchmal. Aber ich habe das Gefühl, die Symmetrie hat uns geholfen. Symmetrie. Äh, Symmetrie ist das? Symmetrie ist es. So in Mischung aus. Symmetrie und Jesus. Sehr schön. Wir haben es geschafft. Wupp, wupp. Nice. Okay, 100 Münzen. 500 Münzen. Wow, das sind total gackernde Kreise. Äh, Preise. Ich bin begeistert. Die waren richtig gackernd, die Preise. Ja, ja, gewinne gackernde Preise. Ja? Ja, ja. Ja, ja. Okay, wenigstens haben wir einfache Zombiestüten abgeschlossen. Sehr schön. Das ist doch... Okay, wir gucken mal. Wir dürfen eine Premiumpflanze. Ich glaube, jeden Tag darf man das einmal, ne? Eine Premiumpflanze testen. Das sieht schon wieder stark nach der Jala-Jalapeño aus. Nein, es ist... Oh, den Stern. Den habe ich mir geholt. Finde ich super. Dann sehen wir den nämlich jetzt, dieses Level. Das ist nämlich die Pflanze, die es, wie gesagt, ich glaube, letzte Woche war es, für Dias gab. Und die habe ich mir geholt. Genau. Dann sehen wir die jetzt auch mal in Action. Ja, wunderbar. Hm, pflanzt das mal ein bisschen vorne. Geht das mal down hier? Ja? Nein? Vielleicht? Nein? Okay, endlich. Das hat aber lange genug gedauert hier. Soll ich mal hier allmählich Grabsteine verschwinden? Das wäre ganz gut. Dankeschön. Oh, endlich. Gehen die Grabsteine weg. Sehr schön. Ernsthaft? Jetzt schon, Gargantus? Wollt ihr mich fallen? Okay. Alles klar. Okay. Aufka. Bin weg. Tschüss. Hausse. Ei, ei, ei. Oh. Okay, warte. Düngereffekt. Oh, guck dir diesen Düngereffekt an. Das ist wunderbar. Und natürlich wieder ein Zeichen dafür, dass natürlich in einer gewissen Art und Weise natürlich die Premium-Pflanzen irgendwie verdammt stark sind. Und nochmal Düngereffekt. Guck dir das an. Und jetzt da. Einfach mal gucken. Ja, die Natzen halt auch einen Gargantus weg. Wobei, der hat halt wahrscheinlich schon relativ viel Schaden gefressen vorher. Und nochmal. Schau dir das an. Mal gut. Man muss halt dafür aber auch sagen, dass die Pflanze über verschiedene Lanes schießt. Und man das halt ein bisschen schwer kalkulieren kann. Aber man könnte das kalkulieren. So kann ich zum Beispiel hier, weil wir gerade keine Zombies sind, einfach ganz viele von denen hinpflanzen. Oh, da hin. Sehr schön. Und da, damit der was zum draufschlagen hat. Und schön weiter da hinpflanzen. Oh, die trifft da gar keinen. Was? Okay. Da. Schießt die nach hinten auch? Ja, nach hinten schießt die auch. Okay, sehr schön. Oh, oh. Not der Rasenmäher. Nein, not der Rasenmäher. Oh, guck dir das an. Die ist verdammt stark, die Pflanze. Und man kann sie halt relativ schön taktisch setzen, wenn man sie ja einfach am Schluss einfach am Ende hinsetzt. Zum Beispiel, wie wir es gerade gemacht haben. Das läuft ziemlich cool. Nice. Okay. Damit hat meine weitere Reise-Klotz-Mission abgeschlossen. Sehr schön. Gut. Und ja, das ist das, was es halt momentan gibt. Ich würde sagen, wir sehen uns einfach nächste Woche wieder zu einer solchen... Was? Neue Mission verfügbar? Ich darf eine neue... Toll. Ich darf noch mal eine Premium-Pflanze. Ja, nee. Ist klar. Welche ist es diesmal? Ich würde die neue gerne testen. Ich würde die neue gerne spielen. Es ist ja wirklich super duper wunderschön, dass sie eine neue Premium... Äh, die da. Da bringt sie eine neue Premium-Pflanze in den Shop und dann kannst du sie noch nicht mal ausprobieren. Was soll das denn? Das ist doch Quatsch. Das ist richtig Quatsch. Na gut. Ähm, was wollte ich sagen? Also wir werden übermorgen ganz normal wieder mit der asiatischen Version weiterspielen. Ich würde aber sagen, dass wir nächste Woche einfach wieder eine Folge machen. Hier in der Version. Damit wir so quasi... Ähm... Kriegen wir nur diese Pflanze? Okay. Die Pflanze macht halt, dass der Zombie sich umdreht und dann auf der Seite der Zombies kämpft. Ähm, das macht die Pflanze. Ähm, was wollte ich sagen? Ähm, wir werden dann so quasi nächste Folge dann in der asiatischen Version wieder weitermachen und nächste Woche machen wir dann wieder in der Version weiter. Genau. Das wäre der Plan. Ja, da kommen die natürlich wieder recht weit und da doch hoch. Ähm... Weil dann können wir uns nämlich so quasi auch immer das anschauen. Was es denn so gibt. Das finde ich am geilsten. Da packen wir mal einen Dünger drauf. Da packen wir auch mal einen Dünger drauf. Pass auf. Das wird jetzt richtig heavy. Weil das ist ja nur so kleine Wichte und da kommen gleich die mit Helm. Die haben da gar keine Chance. Aber dann werden die zum Gargantua. Mura. Sehr schön. Wunderbar. Oh. Machen wir da drauf. Ja. Schön. Am liebsten hätte ich auf allen Weg ins Gargantua. Da wäre das alles kein Problem mehr. Machen wir da noch ein Gargantua draus. Da würde noch einer kommen. Dann brauchen wir oben noch einen. Ah, das ist aber auch ein starker Zombie. Wenn der zum Zombie wird... Äh, zum Zombie für uns wird. Uh. Easy. Sehr schön. Zack. Weg damit. So, jetzt machen wir wieder ein bisschen schneller. Da brauchen wir bald einen neuen Gargantua. Und auf der Lane auch. Okay. Kein Problem. Am besten hinten einfach die Gargantua so zur Vorsicht. So. Einfach nur zur Vorsicht. Da brauchen wir einen Gargantua. Dafür, für alle Fälle, dass wir halt da hinten noch einen haben. Haben wir oben noch gar keinen Gargantua geholt? Oh. Okay. Ups. Da müssen wir leider gegenwirken. Demnächst mal, ne? Ich glaube, da sollten wir was tun. Kriegen wir demnächst hier oben mal den... Oder so. Ah, den habe ich noch ganz schnell verstärken können. Nice. Sehr schön. Jetzt geht es rund hier bei den Zombies. Muhahaha. Sehr schön. Ich liebe das ja, dass man die umkehren kann. Also, die Pflanze ist ziemlich cool. Ich muss aber zugeben, dass ich sie mir trotzdem nicht holen würde. Ich habe die nämlich, meine ich, auch nicht. Ich würde es tatsächlich nicht tun. Ähm. Weil die Pflanze ist ganz witzig. Aber ich weiß nicht. Ist nicht so ganz mein Fall. Wir spulen wieder schneller vor, damit man das Level schneller hinter uns bringt. Ne, wie gesagt, ich finde es halt einfach schade. Da bringen sie eine Premium-Pflanze in den Shoppen neue. Und dann darfst du sie nicht mehr irgendwie testen. Es ist totaler Quatsch. Aber gut. Hilft nicht. Ähm. Und was wollte ich noch sagen? Wie gesagt, nächste Woche machen wir dann wieder eine Folge hier in der Version. Einfach nur, weil es halt eben, wie gesagt, ja momentan diese Spezialwochen gibt. Und wir natürlich nächste Woche auch wissen wollen, was in der Spezialwoche drankommt. Denn da ist ja irgendwie Footballwoche. Und das wollen wir uns auf alle Fälle anschauen. Zumindest würde ich es mir gerne anschauen. Ich vermute ihr sicherlich auch. Deswegen machen wir das. So, da haben wir die abgeschlossen. Sehr schön. Wer, da steht jetzt wieder eine neue Version. Ähm, ne, okay. Alles klar. Gut. Dann würde ich sagen, war es das auch an dieser Stelle. Ich sage danke schön fürs Zuschauen. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.